Moin. Da so viele gefragt haben, machen wir heute eine kleine Roomtour mit euch. Ja, also das hier ist der Eingangsbereich. Ja, das hier pflanzen wir noch alles ein in den Garten. Ja, hier kommt noch eine Tür rein. Hier ist unser Schlafzimmer. So, jetzt sind wir hier im Wohnzimmer und Küche. Also hier ist die Küche, müssen wir alles noch ein bisschen aufräumen. Deswegen, da haben wir zum Beispiel schon einen Tisch gebaut und so. Da kochen wir immer ganz viel frisches Obst und Gemüse. Ja, hier haben wir unser frisches Obst und Gemüse vom Markt und sowas. Hier ist ein Ofen. Hier können wir lecker Kuchen bauen. Also unser gesquattetes Haus haben wir schon mal, also wir bringen das gut in Stande. Das wird ein richtig geiles Projekt. So, jetzt zeigen wir euch hier noch den Rest vom Haus. Hier müssen wir das alles halt noch vorbereiten und sowas. So sah das ganze Haus vorher aus. Und hier ist unser improvisiertes Klo. Boah, es ist ein Zeichen, was? Ey, Spasszimmer.